Ja? Was? Ich muss jetzt gegen Lippmannet betteln? Tja, okay, dann zeig ich mal meine zweite Identität als Badlackser. Ab geht's. Lippmannet, wieder mal in Navanliga-Sprechgesang, mit dieser Fresse wär ich von mir selbst weggerannt. Doch alter, krass im ersten Bett, den brachtest du den Kleinen zum Quälen, alter Spaß, aber popst du kannst bis 13. Du bist da krass im Beat so dämt wie Marshalls Oberarme? Bei dir steht viel der ein wegen der monotonen Phrase, ist bei ner echt krassen Nein, wird man bei dir nicht panisch und das einzige, was hängen bleibt, ist gar nicht. Alter Mann, du bist so Hip-Hop, ich wichs hier auf die Lippen und dann nennst du dich Lipglot. Du wirst so easy weggefickt und seit komm keine Runde, weil du an AI die Bescheid gebürst. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, erzähl uns keine Märsche, bitte, denn bevor die Wichse rauskommen, bist du in der Käseklicke. Nimmst du, nennet, was willst du Kevlexer eigentlich erzählen? Würde ich aussehen wie du, würde ich echt scheiße aussehen? Aber selbstverständlich geht das Treffen im Privatschnitt klar, doch du bist so langweilig, ich gehe direkt AF. Lorenzo, durch das ganze Mount Neo muss das doch bedeuten, dass du glatt anfängst im Dunkeln zu leuchten. Ey, das wär echt entzücken, ich mach's wie bei Knicklech und brech sie deinen Rücken. Statt aufs Handy solltest du mehr auf die Fahrstrecke achten, sonst holt die dich und lass aus dir ne Warnwisse machen. Dein Account von Instagram, ich wollte mir ein paar Instas holen. Ey, du machst wirklich über jede Scheiße ne Instastory. Eine Kippe in Mont, Instastory. Shopping Queen läuft, Instastory. Ein Riehüberfahrt, Instastory. In Käflexer geflogen, Instastory. Alter Mann, vergleich dich ruhig als Joker, doch das wird dir nix bringen, denn dann hast du noch weniger Chance im Gegenbetlechster zu gewinnen. Nimm zum Ende, was willst du, Keflexer, eigentlich erzählen? Würde ich aussehen, wie du, würde ich echt scheiße aussehen? Aber selbstverständlich geht das Treffen im Privatschnitt klar, doch du bist so langweilig, ich gehe direkt AFK. Nimm zum Ende, was willst du, Keflexer, eigentlich erzählen? Würde ich aussehen, wie du, würde ich echt scheiße aussehen? Aber selbstverständlich geht das Treffen im Privatschnitt klar, doch du bist so langweilig, ich gehe direkt AFK.